Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu C++, modernem C++ natürlich und heute geht es um den Null-Ptr. Ja, Null-Ptr ist der neue Null-Pointer und das hat definitiv seine Gründe. Der wurde in C++11 eingeführt und ersetzt quasi das Schlüsselwort Null. Denn das Schlüsselwort Null ist schwierig, sagen wir einfach mal schwierig. Denn, ja, was man dazu wissen muss ist, manche Compiler, also es gab ja ursprünglich in C, gab es Null nicht. Null war in C einfach wirklich Null, also der Wert Null. Und manche Compiler machen das tatsächlich immer noch so. Das heißt, bei manchen Compilern ist der Wert Null gleich Null. In anderen Compilern ist Null eigentlich eher ein Void-Stern von Null und die beiden sind dann aber wiederum gleich. Null-Ptr, also tatsächlich das neue Ding, Null-Ptr, ja, das ist quasi jetzt ein neues Schlüsselwort, was euch zur Verfügung steht, damit ihr wirklich explizit Null sagen könnt, ohne aus Versehen eine Null zu wählen. Und das hat mehrere Gründe. Wir wollen uns mal ganz kurz folgendes Szenario angucken. Und dazu wollen wir auch sogar ein bisschen Code schreiben. Wir machen jetzt hier mal eine überladene Funktion VoidFu. Wie können sie auch sonst heißen? Mit einem Char-Stern als Parameter. Und wir machen eine VoidFu mit einem Int als Parameter. Okay, so. Und was wir jetzt reinschreiben in die Main ist einfach mal eine Unterscheidung. Davor wollen wir, also gleich zumindest, davor wollen wir hier aber noch ganz kurz die VoidFu definieren. Also einmal VoidFu mit Char-Stern. Und die sieht folgendermaßen aus. Wir geben, ups, wir geben hier, halt Moment, wir usen doch gerade std. Genau, wir geben hier aus cout, ähm, Fu von Char-Stern. Nur damit wir wissen, welche Funktionen wir eigentlich aufrufen, okay? Okay, das ist quasi unser Ziel hierbei. Und wir definieren uns die, ups, VoidFu mit Int. Definieren wir uns als cout, Fu von Int und dann Endline. So. Und ja, was wir jetzt machen, ist, wir rufen diese Funktion auf. Und zwar, ähm, je nachdem, was für einen Wert wir hier drin haben. Und jetzt wird's komisch. Ähm, da greife ich sogar noch ein kleines bisschen vor. Hier, Vector on Map brauchen wir eigentlich gerade nicht. Stattdessen werden wir hier erstmal include, ähm, Type Traits verwenden. Dazu kommen wir aber später noch genauer. Also wundert euch bitte nicht. Und zwar einmal haben wir hier, ähm, isSame, isSame ist auch eine tolle Methode aus, isSame ist auch eine tolle Methode aus dem, ähm, aus der std-Library. Also ihr braucht da eigentlich das std-Doppelpunkt davor. Aber wie gesagt, das brauchen wir hier zum Glück nicht. Weil wir es ja verwenden, oben, also using Namespace. Und vergleicht im Endeffekt zwei Dinge. Und was wir jetzt hier machen, ist, wir vergleichen zwei Dinge. Nämlich einmal vergleichen wir, ob der, ähm, Typ DeckelType von Null derselbe ist, ja. Und ob der, ähm, Type DeckelType, also wir wollen quasi uns neue Typen anhand von Variablen erstellen. Dazu kommen wir aber noch. Ähm, und wir vergleichen jetzt hierbei, ob die beiden gleich sind. Und zwar, ob deren Wert gleich ist. Also wir überprüfen, ob es dasselbe ist, wenn wir Null und Null haben. Ähm, und falls ja, äh, dann geben wir aus Cout, Null, gleich, gleich, Null. Endel, ups, das sollte klein sein. Und das wollte ich so. Ähm, so, und jetzt spoilert mich leider meine IDE. Das ist ein bisschen schade. Ich wollte euch eigentlich damit überraschen, aber natürlich spoilert mich die IDE ein bisschen. Das sagt mir, dass es immer false ist. Aber, ähm, die IDE weiß nur, was für einen Compiler ich habe. Bei euch könnte sich das vielleicht sogar unterscheiden. So, wir machen hier mal einen Void-Stern draus. Und dann machen wir hier unten mal den Null-Pointer rein. Und zwar den Typ des Null-Pointers, ja. Der Null-Pointer hat auch einen eigenen Typ jetzt bekommen. Und zwar Null-Pointer-Type. Ihr seht, das ganze Ding wurde definiert mit Deckel-Type Null-Pointer. Also, quasi genau dasselbe, was wir hier vorne gemacht haben, nur eben für den Null-Pointer. Und das STD kannst du dir schenken hier. Wir nehmen nämlich den Namespace. So, und, äh, ja. Dann haben wir hier unten noch Null-Gleich Null-Pointer. Und hier haben wir Null-Gleich, äh, sagen wir einfach mal Void-Stern dazu. Void-Stern 0. So. Okay, und wenn wir das jetzt laufen lassen, sehen wir hier erstmal, es braucht ein bisschen, wie es gebildet ist. Und wir sehen, dass nichts ausgegeben wird. Und das liegt, wie gesagt, daran, dass ich eine relativ hohe Version, ich benutze ja schon C++-Version 20, ja. Da haben die nochmal alle separat, ähm, naja, quasi Bedeutung. Aber bei euch könnte sich das, wie gesagt, unterscheiden. Je nachdem, welche Version ihr verwendet, je nachdem, welchen Compiler ihr verwendet. Das ist je nach Compiler ein bisschen anders. Was jetzt allerdings richtig interessant wird, ist, wenn wir hier Foo von, also wenn wir Foo von Null callen, dann ist es logischerweise Foo von Int, ja. Obwohl wir ja eigentlich ein C gelernt haben, Null und, ähm, Char, also Null kann ja auch genauso gut ein Char sein. Das heißt, wenn ich hier Foo von, ähm, sagen wir hier oben mal IntX gleich Null. Und jetzt sagen wir hier UndX. Mal gucken, äh, ja, verdammt. UndX, ähm, mal gucken, was hier bei passiert. So, und dann sagen wir hier unten noch, wir callen Foo von Null Pointer. Okay. Und, ja, das ist tatsächlich jetzt das, was wir uns angucken wollen. Was glaubt ihr, was passiert? Naja, höchstwahrscheinlich, erstmal wird es nicht Compilen, weil, wir sehen es hier schon, wir kriegen hier einen Build-Fehler. Ähm, weil ich doof bin. Aber wir kriegen auch noch irgendwas anderes einen Build-Fehler. Das war beabsichtigt. So, und zwar hier, ungültige Umwandlung von Int-Stern in Int. Das heißt, es versucht mir quasi hier die Adresse von dem X auszulesen und versucht das Ganze dann wieder in Int umzuwandeln. Wir wissen, in C war das ein bisschen anders. In C war das wirklich einfach austauschbar. Ob da jetzt Char steht oder Int steht, das war C völlig egal. Das war halt dann einfach ein Pointer auf eine Zahl. So, Chars waren auch einfach nur Zahlen. In C++ ist das nicht mehr so. Früher war das noch relativ ähnlich. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile ist hier tatsächlich ein Unterschied gemacht. Das heißt, das hier kompiliert gar nicht, weil wir hier nirgendwo den Int-Stern haben. Okay. Aber was wir auch sehen können, ist, das hier kompiliert. Und das ist ein bisschen weird. Warum kompiliert das Ganze? Es ruft mir tatsächlich die Char-Stern-Funktion auf. Das heißt, also das hier ist natürlich die Int-Funktion, die hier. Aber Fu von Null Pointer ist quasi ein Char-Stern. Okay. Und das ist ein bisschen komisch, wenn wir uns das mal so überlegen. Das heißt jetzt nämlich nicht, also was man jetzt vermuten würde, ist, dass Null Pointer den Typ Char-Stern hat. Das stimmt leider gar nicht so. Denn, ja, im Endeffekt, der Typ, also wir haben ja schon geklärt, der Typ von Null Pointer, also von dem Null-Pittre, ja, nicht von Null, sondern von dem hier, der Typ von dem Ding ist Null Pointer-Boden-Strich-T. So, und dieser Typ Null Pointer-Boden-Strich-T, der kann jetzt implizit in jeden anderen Pointer konvertiert werden. Und das ist eigentlich super geil, weil, also er kann dann auch verglichen werden, beziehungsweise verunglichen werden, weil das bedeutet jetzt nämlich, wir bekommen keine Compiler-Fehler mehr. Also, wenn wir einen Compiler-Fehler wollen, okay, dann ist was anderes. Aber wir können Code laufen lassen. Und ich meine, Null Pointer ist ja durchaus ein gültiger Parameter in vielen Fällen. Teilweise wollen wir einfach sagen, hey, dieser Parameter wird nicht verwendet und geben dann eben Null Pointer rein. So, und jetzt müssen wir hier nicht mehr Null reingeben oder sowas, sondern jetzt können wir hier einfach sagen, jo, das Ding ist halt ein Null Pointer, aber egal, was für einen Pointer du verlangst, das wird jetzt akzeptiert. Und der Compiler akzeptiert auch den Null Pointer-Boden-Strich-T als gültigen Typ. Das heißt, es ist jetzt egal, ob ich hier einen Char-Stern habe und ob ich einen Int-Stern habe. Das kann ich auch mal kurz angeben hier. Int-Stern. Dauert ein bisschen. So, wir sehen hier Char-Stern. Gut, okay, jetzt ist es halt Int-Stern. Diese Methode hier wurde aufgerufen. Ich kann aber hier genauso gut einen String-Stern haben. Ähm, String-Stern. So, und wir sehen, das funktioniert immer. Denn der Null Pointer kann implizit, implizit konvertiert werden in jeden anderen Typen. Also in jeden anderen Pointer-Typen. Nicht in jeden anderen normalen Typen, aber in jeden anderen Pointer-Typen. Und das ist schon ziemlich praktisch, weil ich so, wie gesagt, auch einfach quasi wirklich den Null-Wert als Wert übergeben kann und mir nicht Gedanken machen muss, was für einen Typ ich hier jetzt da reinmache. Also ob ich jetzt quasi einen leeren, ähm, ups, einen leeren String hier, einen leeren String hier reinschiebe. Ähm, nur damit ich hier irgendwie einen Char-Stern habe und da noch irgendwie ein, äh, eine Adresse auslesen muss. Und, oh, verdammt, jetzt muss ich es auslagern in eine separate Variable, weil, ja, ich kann hiervon nicht die Adresse auslesen und das ist schon echt unangenehm. Deswegen einfach einen Null-Pointer rein und gut ist. So wie man im Endeffekt den Null-Pointer auch in anderen Sprachen verwendet, wie zum Beispiel Java. So, ähm, jetzt hab ich hier, was ist denn jetzt los? So, jetzt hab ich es repariert. Okay, ähm, ja, das heißt im Endeffekt der Null-Pointer nimmt euch hier auch wieder sehr, sehr viel Aufwand ab und ist eigentlich das, was man sich angewöhnen sollte. Benutzt bitte nicht mehr Null, benutzt nicht Null als Magic Value, sondern verwendet wirklich den Null-Pointer und dann seid ihr eigentlich soweit glücklich dabei. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.